Tatütata, Brickrix ist da, herzlich willkommen meine lieben Zuschauer bei dieser wunderbaren Folge mit Monix. Völlig am ausflippen, aber ist auch kein Wunder, weil wir heute die besten Fahrzeuge des Workshops haben, plus... Ja, man muss ja ein bisschen dick auftragen hier in meinen Videos, ja. Ich muss ja so tun, als wäre es das Besonderes, was wir den Zuschauern hier zeigen. Kann ja nicht immer nur sagen, es sind nur deine Autos, ja. Du musst schon ein bisschen... Im Hintergrund, hinter der Person, die sich die ganze Zeit ins Bild drängelt, seht ihr eine Feuerwache. Die hat jemand gebaut, der hat eigentlich nicht mehr Ahnung von Brickrix, aber macht das trotzdem ganz gut. Monix, sei gegrüßt. Hallo. Und diese Wache ist wirklich geil, ist auch gefeatured gerade auf der Startseite vom Workshop. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, will ich unterstützen und ich will, dass die da länger ist, geht mal auf den Link unter dem Video, drückt auf abonnieren und sagt, favorisieren. Und lasst ein Like da für diesen, ähm, für diesen, für das Workshop-Item, für dieses Objekt. Wäre richtig cool. Plus, wer noch richtig so ein bisschen Reifinger-Army-mäßig abgehen will, schreibt in die Kommentare, was wollen wir denn da drunter schreibt? Was sollen denn die Leute unter deinen Workshop-Eintrag schreiben, dass du weißt, dass die von dem Video hier kommen? Hashtag Firestation. Das ist ein schwieriges Wort. F-I-R-E-S-T-A-T-I-U-N. Firestation. Hier steht's doch. Feuer. Einfach nur Feuer. Reicht doch. Hashtag immer mal Hashtag Feuer. Das ist, glaube ich, kürzer, genau. Ja, cool. Monix, dann, ähm, würde ich sagen, mach die Folge kaputt. Erzähl doch mal was zu deinem Fahrzeugen und zu dem Gebäude. Ja, also zuerst einmal haben wir ja hier, äh... Waren wir nicht bei der Feuerwehr gerade eben? Äh, ja, äh, zweitberuf. Also, ich hab mir gedacht, ich brauch mal ne amerikanische, ähm, Station quasi, vom Land. Und, äh, hat auch ziemlich viele Sachen, ne, die man bedienen kann. Voll geil, man. Ding-Dong. Gibt's hier ne Klingel? Leck, wie geil das ist. Okay. Ah ja, im Übrigen, jetzt die Lichter, machen wir mal die Lichter, oder warte mal. Ich mach mal kurz, äh, überschreib mal das Wetter kurz auf Nacht. Hast du eine Innenraumbeleuchtung? Nee. Du hast keine Beleuchtung im Haus? Doch. Ich muss aber mit Lichtschalter anmachen. Ja, natürlich musst du es mit dem Lichtschalter anmachen, was denkst du denn? Moment. Moment. Was ist hier, Simson Labim, oder was? Jetzt gibt's gar ne Laterne. Uh, aber wie geil ist die denn? Nein. Bim. Bin aber reingeflogen. Okay. Dann würde ich sagen, kannst du ja mal vorgehen. Ganz kurz. Als Hund würde ich definitiv diesen Hydrant bepinkeln. Der ist so schön. Also definitiv, ja. Ich geh da mal vor. Haben wir, gibt's Taschenlappen im Glückwix? Nee, ne? Nee. Also nicht. Tschüss. Oh. Hab ich dich... Hab ich dich einfach umgebracht? Komm sie rein. Hallo. Oh Mann ey. Ja, Vorsicht. Limbo. Okay. Ja. Das ist so krass. Das sieht so heftig aus. Nee, ja. Gott, das sieht so übel aus. Schönes Game. Ich mach hier mal auf, damit ein bisschen frische Luft reinkommt, ja. Okay. Okay, dann erzähl doch mal. Wir stehen jetzt hier in der... Ja, Einfahrt. Kann man die Fahr... Komm, passen die hier rein, die Fahrzeuge? Ja. Ja, cool. Dann würde ich mal sagen... Wäre ja scheiße, wenn nicht, ne? Ja, natürlich. Darf man scheiße sagen bei YouTube? Natürlich darf man scheiße sagen. Kannst alles sagen. Okay. So, ich fahr doch mal hier rein. Zumindest versuch ich das. Das Problem ist mit dem Aussteigen. Beim Aussteigen würde ich wirklich empfehlen, dass man sich dann über Rechtsklick quasi auf die Bankform zu repartiert, weil sonst geht das Haus fliegen. Das ist noch nicht so wirklich. Ich hab's überlebt. Genau. Einsteigen geht, aber Aussteigen ist ein bisschen... Behindert. Blöd. Behindert. Scheiße. Ja, darfst alle sagen was Bescheid. So, ich mach mal hier mal den Laden wieder zu. Barsich komm rein, nicht wieder sterben. Bin drin. Wie jetzt? Wie jetzt? Du musst einmal drücken und dann weggucken, aber du darfst nicht auf den anderen drücken dahinter. Ah, okay. Vorsicht. Okay, okay. Alles klar. Tür ist zu. Okay. Jetzt wird's aber ganz schön eng. Ja, hier. Ich geh mal nach hinten. Das hier ist die... Was ist das für die von Ruhr? Das ist tatsächlich eine... Also quasi, wenn die Fahrzeuge an sind, dann ist ja hier quasi... Die ganze Lagerhalle hier wird ja voll mit Dreck. Abgasen. Genau. Abgasen. Und das ist so eine Abzugshaube. Mit Dreck. Ja, mit Dreck. Oder ist die Lagerflorene. Naja, Abzugshaube für den Ausbau. Ja, ist gut. Ups. Ich hab ein bisschen Wasser gespritzt. Entschuldigung. So, ich tue mal das Ding wieder aufladen. Ja. So. Das Ding, die ja beide hier am Boden. Das hab ich nachschöner gemacht. Ich bin zu sch... Ich bin so schlecht im Laden. Okay, jetzt. Kannst du die Tür wieder zumachen, bitte? Jawohl. Zack. Hast du dich zugemacht? Ich hab zugemacht, ja. Bei mir ist dir nicht zu. Wie kriegt ihr denn zu? Vielleicht kann ich das auch? Ähm. Mit Q&E auf den Indicator. Ah, okay. Sehr gut, ist zu. Bei mir ist sie zu. Wunderbar. Okay, bei mir auf. Hier liegt immer noch ein Teil. Ach so, ja, gut. Stemme ist die Ecke. Alles gut. Warum? Wir haben noch... Ich hab das doch... Okay, okay, egal. Weiter zur Wache. Ja. Hier haben wir die Ausrüstungss... Äh... Schränke, quasi. Für die Feuerwehrmänner. Ich glaube, wir sollten das Geblink wieder ausmachen. Das macht mich verrückt, man. Aber wieder rausfahren, ne? Auf die Wand. Ja, welche... Welche Taste war schon wieder? Ich hab schon wieder verpennt. Rechtsklick, gedrückt halten und dann voraus teleportieren. Nein, nein, ich mein bezüglich die Lichter ausmachen. Ach so, Q. Q. Ah, danke. Genau. Müssen wir nur hier wieder aufmachen, sonst kommen wir nicht rein. Ich seh halt nix, wo ist die Bug da. Okay. Bin da aus. Alles klar, bin safe. Wobei, jetzt mach ich wieder Tag an. Dann haben wir ein bisschen bessere Sicht. Okay. Ah! Ah, halt, halt, halt! Oh Gott, was schlimm. Danke. Okay. So. Hier Ausrüstung für die Leute. Hier steht auch jemals, für welches Fahrzeug die bestimmt sind. Okay. War so eine Idee, so eine Nebenidee. Ja, dann haben wir da oben noch so ein paar Rohre angebracht. Einfach nur zur Deko. Sehr schön. Das heißt, es gab, was meintest du, unter dem Video vom letzten Mal stand wohl, dass du die Fahrzeugdetails auch dazu schreiben sollst. Oder hab ich das gerade falsch verstanden? Moment nochmal. Ähm, ich habe gerade gedacht, du hast gesagt, das war so eine Idee aus dem Video oder sowas. Äh, achso, nee. Das war so eine Idee nebenbei. Okay. Auch bei der letzten Woche habe ich das schon gemacht mit den Namen auf den Schränken. Okay. Damit man weiß. Also, wenn ihr da draußen Ideen oder Vorschläge, Wünsche, Anregungen habt, schreibt es bitte unter das Video, als auch vielleicht zum Workshop-Fall selbst. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und, ähm, ich habe ja gesagt, ich hätte gerne meinen Namen hier. Warum ist der da nicht? Weil du eingeteilt wirst für den Einsatzleiter. Also, die ist schief und der kommt in die neue Waffe rein. Uh, ich bin aufgeregt. Uh, 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 okay. Ja, die Feuerwehrleute. Okay, alles klar. Ähm, kommen wir denn durch den, kommen wir überhaupt jetzt irgendwie wieder raus hier? Ja, hier. Ah, nice. Okay. Hast du gut geparkt, ey. Ich schieb dich mal ein Stück rüber, ja. So. Ah, warte, warte. Ich bin, ich bin ein bisschen dicker als du. Ah, okay. Das habe ich ausgeschafft. Guten Tag. Guten Tag. Ja, hier haben wir dann Lichtschalter. Für die Halle. Einmal. Sehr gut. Ah, oh, okay. Und einmal für hier. Ah, oh, schön. Und direkt für den Nebenraum, aber da kann man gleich zu. Ja. Die Acken müssen mal wieder sortiert werden hier. Die kannst du gar nicht. Okay, warte, ich versuche mal, dass es jetzt nicht alles explodiert zu spawnen. Ja, nichts passiert. Aber das war sehr cool aus, wie du hier galant reingestorben bist in die Ecke. Die Acken kannst du sogar umwerfen rein, theoretisch. Nee, ich will keine Acken umwerfen, alles gut. Wir wollen nicht kandalieren. Oh Gott, oh Gott. Hustern voll. Ja, Moment, wir brauchen die erste Hilfe. Ich bin, ich bin, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Okay, alles gut. Okay. So. Ja, ansonsten, hier kommt noch ein Laptop hin. Da bin ich aber gerade noch am rausfinden, wie ich den baue. Okay. Dann wird er dazu geedit. Scheiben können nochmal wieder geputzt werden, ja. Echt? Ja, sie sehen dir nicht die Putze aus, ja egal. Ja, ein Warteraum hier mit ein paar Tischen. Hier hinten dann eine Lagerhalle mit ein paar Reifen. Ja, ich kenne es, das Schlimmste ist wirklich immer, wenn du bei der Feuer bist und erst mal warten musst. Oder? Kennst du dieses, dieses nervige Gefühl, wenn du da wieder, hallo ey. Wenn du hier sitzt und dir so denkst, Mann, wann kommt denn die Feuerwehr heute? Kann ich einfach aussteigen oder bin ich dann wieder rip? Du bist dann draußen, dann musst du wieder rein. Okay. Das ist natürlich auch schön. Man wird als Gast bei der Feuerwehr sofort vor die Tür gesetzt, wenn man da wieder aufsteht. Geht's denn hier eigentlich einen Eingang, der durch die Garagentore sagt man? Äh, ja, warte. Du musstest einmal links vorbei, ganz hinten durch. Okay, okay. Was ist denn hier eigentlich? Blumenkästen und Blumen. Boah, schön. Blumenkästen. Und das hier hat wieder jemand hier abgestellt, ne? Hier wieder nicht abgeholt, den Scheiß. Ja, Palette voll mit weißen Blöcken. Okay, was haben wir hier? Einen Parkplatz, ja? So ein Besucher? Ja, hier kommt noch ein Anhänger hin. Okay. Für den kleinen Truck, den kann er dann anhängen. Okay, sehr cool. Okay, schön, schön. Da oben Klimaanlage auch ganz wichtig, ja? Genau. Hier habe ich noch so ein paar Sachen hingestellt, falls die Benutzer quasi, die Feuerwehrwache benutzen, selbstständig hier Absperrungen brauchen oder so, können sie es verladen. Okay. Ist ja eine richtige Roleplay-Wache. Ne, ist aber gut geworden. Gefällt mir wirklich gut. Tolle Sache so. Ja. Hier noch, wie nennt man das? Spann-Teil irgendwie? Ja, ich überlege auch gerade. Es gibt ja diesen, ich kenne es auch von meinem Papa aus dem Keller, was an der Bergbank ist, zum Einspannen von Zeug. Genau. Und das ist so eine Mischung aus, also das sieht so aus wie eine Mischung aus Amboss und diesem Einspann-Zeug. Wenn ihr da draußen wisst, wie das Teil heißt, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich weiß es gerade nicht. Bin ja aber zu blöd dafür. Und das sind hier nochmal weitere Schläuche. Möchtet ihr gerne Schläuche-Rohre? Ein paar Schläuche hingepfeffert. Ja, reingepfeffert. Oh, Ersatzreifen, ganz wichtig. Genau. Mit Radklammern dran. Ja. Damit sie nicht wegkullern. Cool. Ne, ist wirklich schön geworden. Gibt es dann eigentlich auch ein zweites Stockwerk oder ist da oben verboten? Da oben ist eigentlich nur noch das Dach. Was wir halt noch haben, ist draußen halt die US-amerikanische Flagge. Oh, wo ist die denn? Die habe ich natürlich übersehen. Die ist oben auf dem Dach. Ah, okay. Oh, die hast du aber schön gemacht, ey. Ja, ansonsten haben wir noch eine Antenne oben drauf. Und dann noch so ein hinterm, quasi hinterm Dach vorne über den Toren haben wir dann noch für die Luft quasi so einen Auspuff oben drauf. Ein Auspuff? Ja, Kamin oder wie man das nennt. Ah, ja, ich sehe es hier. Diese, diesen Abluftschacht, Abluft, was auch immer, Dings da bumste. Genau. Aber die Rohre hier drin sind auch schön, die gefallen mir echt gut, ey. Das ist aber auch, ich finde es auch gut, dass es wirklich Sinn macht hier, dieses Rohrsystem. Das finde ich auch gut. Nicht nur Deko ist, ja. Was ich kurz noch sagen kann, ist, dass die Wache eigentlich ohne dieses höhere Dach geplant war. Also es war eigentlich nur dieses Schrägdach. Hat aber mit den Toren nicht ganz funktioniert, weil ich die halt auch fahren lassen wollte. Deswegen habe ich oben drauf nochmal so einen Turm geklappt. Das heißt, dieses Teil, was da raus hängt, liegt daran, dass die Tore nach oben hochfahren und du die sozusagen, wenn sie aus dem Dach rausgekommen. Genau, das ist quasi oben so ein Hohlraum, wo halt die Tore einfach, damit man sie nicht oben aus dem Dach rausbacken kann, hingehen. Ein cooles Ding so. Kann ich echt nichts sagen. Ist richtig gut geworden. Und wenn ihr da draußen jetzt auch Bock habt, das Ganze mal ausprobieren in BrickRicks, ladet es euch runter. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Hashtag Fire. Wenn ihr durch die Folge hier drauf aufmerksam geworden seid, lasst auf dem Workshop mal ein Like dann da und schreibt einen netten Kommentar. Ansonsten, Monix macht auch weitere coole Sachen. Er ist ja auch schon Dauergast hier bei mir in BrickRicks. Und wenn ihr auf ihn Bock habt, dann lasst mich auch in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, was zu gucken. War eine saugeile Wache. Cool, dass du das uns mal gezeigt hast. Und auch danke, dass du dir so viel Mühe immer gibst und so coole Sachen baust. Wir freuen uns auf deine nächste Wache, ja? Ja, immer wieder gern. Und dann bedanke mich für das Reinschauen in der Endcard nochmal zwei weitere Videos, die ich gemacht habe mit dem Monix zusammen verlinkt. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust habt, schaut doch da mal rein. Dann sind wir erstmal draußen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.